Hallo und recht herzlich willkommen zum siebten Part von Let's Play Don't Stay. So, dann nehmen wir das mit und gehen mal unten links ein bisschen gucken, würde ich sagen. Ich werde jetzt endlich mal die Axt halt brauchen. Jetzt ist es kaputt gegangen für mich. So. Hier ist ein bisschen zu wenig zu viel Flächen, wenn wir nicht öffnen, die sind Bäume pflanzen. Ich bin auch gespannt, woran wir sterben werden. Und wenn wir bis zum, wie sagen wir mal, 25. Partner nicht sterben sind, dann glaube ich werde ich... Ne, ich werde das Projekt dann nicht verändern. Ach, da war Küste. Wo gehen wir denn jetzt hin oder was machen wir? Ähm... Warte, erst mal was das ist. Oh, jetzt sollten wir langsam... Machen wir euch die letzte Karate rein. Die Gäste nicht rein. Krosten. Dann ernähren wir uns erst mal von Bären. So, zack. Zack. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne Spiele vorschlagen, die ich machen soll. Im besten kosten würde Spiele, aber ich habe euch ja viele gesagt, die ich habe. So, die könnte ich machen. So, die könnte ich machen. Es braucht einfach, was ihr sehen wollt. Ich mache das dann auf dem alten Projekten. Und nicht natürlich alle Sachen jetzt auf einmal. Das geht nicht. Oh, ne Karotte. Ähm. Was ist das? Aber bitte. Äppel. Ack, sie ist da. Nein! Ah! Nein! Oh, komm! Oh, komm! Nein, lass mich in Ruhe! Ah! Ich hab sie getötet. Ui, die hat uns langsam... Ist abgezogen. So. Oh nein, Frösche, Frösche, Frösche! Frösche! Was willst du? Au! Nein! 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 Was ist das denn? Ah! Was ist das denn? Ich weiß nicht, es ist nur noch mehr. Es ist nur noch mehr, es ist nur noch mehr, es ist noch mehr. Woah! Ich weiß nicht. Woah! Nein! Ah! Nein! Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot! Fühlfurt! 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 Wenn wir uns jetzt schon mal was angreift, sind wir tot. Ich muss mich grad einfach von dem Schrecker holen. So. Ich gucke mal, was hier noch so ist. Ganz viele Goldsteine, aber die werde ich jetzt grad erstmal nicht mitnehmen. Wow! Naja, ich würde nichts. Ähm... Oh, es wird schon dunkel. Ich glaube, ich geh mal zurück. So, dann gehen wir mal zurück. Boah, ich bin grad vorher angespannt. So, ich muss runter. Oh! Oh! Nein, 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 nein nein, nein nein! Nein, ich hab dir doch nichts getan! Oh! Oh, da sitzt mein Lager da oben. Alter! Fast recht raus. Wo ist mein Lager da? Oh Gott. Ja, da ist wirklich auch was geworden. Oh Gott. Die bösen Frösche. Oh. Oh, jetzt habe ich die Karotte, die Lanz und Karte. Ich gucke hier noch mal ein bisschen rum, ob ich noch was zu essen muss. Ähm, ne, ich würde lieber zurückgehen. Ich muss mich noch mal so bereichen. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, nein, nein, nein. So. Das wäre für die Schacht. Was ist das? Nein, 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 nein gemacht dann zeige ich euch noch mal zum abschluss das hauptmenü ok das ist das hauptmenü von uns das war es mit diesem projekt ihr könnt in den kommentaren abstimmen ob ich es auch space machen soll oder terraria oder minecraft ich hab hier jetzt mal ruhig frei wir wurden nur von wilden hier getötet von frischen schwächtern und von alter die waren stark ok das war's mit dem let's play don't stay von schau